Hey! Ja! Ihr Sternschnuppeln! Willkommen zurück zu Burnout Legends, zur Fortsetzung der World Tour, wo wir uns weiter durch die Welt queschen, denn im Rahmen der Crash-Serie haben wir im letzten Mal Dockzeit, haben wir Wübelwind verursacht in Dockzeit, und machen wir weiter im Rahmen der Crash-Serie, und zwar dreht es hier nach Amerika, und zwar, genau gesagt, nach Silver Lake, da wird wir gecrasht, und zwar machen wir dort Out of Control, ja, wir haben keine Kontrolle mehr über das Geschehen, also, ja, mal geht's, ne, wir haben noch 40 Crash-Kreuzungen vor uns, 39, nee, 40, also haben wir noch ein bisschen was vor uns, also, wird doch eine Weile dauern, na, viele, viele Folgen, viele, viele Tage, wo ihr dann immer noch Burnout täglich sind bekommt, wir fangen mit diesem Auto an, ja, wir fangen mit diesem Auto an, hier, am dort durch Sprungsschanze, am besten benutzen werden, um dort in Gold zu kommen, und dann in Crash-Ferke reinspringen. That's easy, ne, it's easy, isn't it? Ja, würde mal sagen, es wird einfach sein, ne, also, denk mal, dass wir das hier nicht so hinkriegen werden, und, ja, na, irgendwie, würde ich mal sagen, ja, wir wissen, wie es dann was zu tun haben, was genau müssen wir noch an Bedingungen erfüllen, und zwar, 75.000 Crash-Kreuzungen für Bronze, um weiter zu machen, in der Serie, dann, 70.000 Crash-Kreuzungen müsste es sein, für Silber, und wenn wir Gold machen wollen, also der perfekte Crash hinlegen wollen, müssen wir 400.000 Crash-Kreuzungen erreichen, dazu 12 Wax bis zum Crash-Kreuzungen, ja, also, wir haben noch drei erhöhte Anforderungen, aber sollten wir schaffen, wenn wir richtig quästen, bekommen wir das auch hin, also, würde ich sagen, ja, los geht's! Los geht's, so, direkt da! Oh Gott, nein! Das war aber, der klappt war kein perfekter Crash. Das wäre nur die perfekte Lampe, die auf Beton bist, du wusstest, ihr ja schon, dass Strattelad werden aus Beton sind, weil die Autos aufhalten müssen? Ja, jetzt, erfahrt ihr, ihr lernt, was Neues hier, ne? Ähm... Was sieht denn so aus? Juhuhuhuuu Juhuhuhu Ja, ich will mal sagen, wir gucken, wo wir hier hin und wo wir hin finden Uns wird niemand für diesen Dunfall verantwortlich machen, wir sind nicht viel zu weit weg 401.000 haben wir gemacht Das war ein guter Crash, wir haben nämlich das gefüllt 431.000 und haben Gold gewonnen Uns wird niemand für diesen Crash verantwortlich machen, weil wir irgendwo ein bisschen stecken Wir haben es geschafft, das ist doch gut so Das haben wir mal ein guter Ding gekriegt Das heißt, wir rekorden, nämlich 200 Events gibt es als Appellonung und noch ein Rekord Ja, super, wir sind mit dem Pickup gefahren Und ja, haben dort wieder was gemacht Natürlich ein Auto, 50 Millionen brauchen wir dafür, müssen wir ein bisschen was machen Also, ja, ein bisschen mehr Crashen, erfolgreicher Crashen Und wertvoller Crashen Wir haben es zumindest geschafft Und das solltet ihr gewinnen sein mit dieser Folge hier Ich hoffe, dass ihr euch Spaß daran hattet Denkt mal an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um mal schnell schnell zu bleiben Ihr könnt aber auch Beitritt mit dem Discord Server zum Quatschen, Kennenlernen, Spaß haben Mitspielen, mitmachen, mitgestalten Dort erfahrt alles was Neues gibt und viel viel mehr Alles findet ihr in der Videobeschreibung Und ich sage danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal